Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge, nämlich die zweite Folge Staffel 1 Kalofor als Jugoslawien. Ja, in 31 Minuten kann man die KI angreifen. Und ich hab schon wieder hier paar Truppen rekruturiert, ach keine Ahnung. Ja. Und der nächste Tag ist auch in 30 Minuten. Na ja. Jo, das funktioniert, wie ich es mir denke. Schon wieder, schon wieder kein Eisen. Metall, Stahl, was auch immer. So. Okay. Okay. Dann gucken wir mal, wer uns geschrieben hat. Außerdem habe ich eine neue Tastatur. Hey, wie ist ein erster Platz, oha! Deutschland, Großwindland und Russisches Kaiserreich in der USSR. Das ist nicht gut. Und sehr komisch. Okay. Warum bin ich Level 1? Hä? Jetzt geht doch. Das ist nicht gut. 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 Ich bin mit Tschechoslowakei und Österreich befreundet Es kann besser gemacht werden Ich weiß nicht ob Rumänien Deutsch ist, das war super laut Hm, Level 34 Ich komme wieder auf die Level 60 Nicht mal lang schon bin ich wieder 60 Tatsächlich war ich Hauptmann Oder ne Ich war Oberst Das laber ich Generalfeldmarschall Oha Femion 558.300 Bis unendlich Anstrengt jetzt nur bis Level 220 Guck mal was Deutschland für ein Level hat Oha 85 Naja Kanada Kanada Oh Digga Zwei Level Um zwei Level ist Kanada Mehr Mehr Oha Das seht ihr nicht, war auch im letzten Video so Ne Perfekt Panzerbracher Er Oh 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 Die Tastatur ist so cursed Besser noch mal neu fünf minuten noch wie geht es euch so weiter ich habe gerade etwas getrunken saft ok das ändert sich nicht mit jugoslawien geschrieben zuck zukunft die schreibung zukunft die testen sind zu groß die 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 Vielen Dank. Diese Musik mag ich, diesen Teil. Das ist eine große Sache. Österreich, Schweiz, Italien, Albanien, Griechenland, Bulgarien, Teil von Türkei. Hier, Kuala und Istanbul. Und vielleicht auch noch das untere hier von Deutschland. Das muss aber ganz schön ein Noob sein, wenn er nur ein Gebäude in Berlin stehen hat. Überhaupt nur. Es wird Zeit, mich zu verabschieden. Ja. Ich mach heute zwei Folgen, ausnahmsweise deswegen. Es wird Folge 1. Also, ich mach schon hinten dran die Folge 2 heute. Und die kommt halt morgen dann. Also, seid gespannt. Und ich seh euch morgen wieder. Exakt noch heute, aber auch morgen. Also, haut rein. Habt schön. Abend noch. Und tschö. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.